Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Unlife. Momentan habe ich Probleme mit den Kameras hier. Gestern ist ein Update gekommen zu Windows 10 und seither funktioniert hier nichts mehr. Ich kann weder mit dem MovieMaker eine Webkammer etwas aufnehmen, noch kann ich mit der Logitech Software etwas über die Webkammer aufnehmen. Ich habe zwei Webkrems von Logitech und beide sind nicht in Funktion momentan. Der Grund ist, die haben da irgendwas geändert am Betriebssystem. Und zwar soll wohl jetzt hier das mit dem H.264 oder mit dem MPJ nicht mehr unterstützt werden, sobald ich das verstanden habe. Ja, jetzt greife ich hier wieder auf meine erst zurück und hoffe, dass ich damit zumindest die Aufnahmen so einigermaßen hinbekomme. Ja, schreckende Abendstunde sozusagen. Okay, das ist jetzt erstmal gewesen, dein Video von heute und tschüss.